Hast Glück gehabt, musst doch nichts tragen. Du kannst deinem Morkon sagen, er bekommt das Zeug. So wie ich Halver kenne, hat er den Ersatz in Windeseile organisiert. Und meine Splitter? Kein Gepäck, keine Splitter. Ich hätte dich nicht begleitet, hättest du mir keine Splitter versprochen. Hm, dem kann ich wohl nicht widersprechen. Da, nimm. Und jetzt muss ich zurück, bevor die Trottel mir den Laden abfackeln. Bis dann. Ich bin sprachlos. Was ist hier los? Alles klar, Bruder. Okay, ist das Geklitsche zu Ende? Sonst noch jemand? Will sonst noch jemand darum klitschen? Oh, das ist hier los in dieser Episode.